Der KRONE-Bericht in Sachen Ärztemangel im Land schlägt hohe Wellen. Laut einer aktuellen Studie sind bundesweit 2100 Stellen für Mediziner unbesetzt. Im Kassenstellenbereich fehlen ebenfalls rund 300 Fachkräfte. Während die Ärztekammer nun, wie berichtet, ein genaues Monitoring für den Verbleib der abgängigen Studienabsolventen fordert, versucht die Gesundheitskasse zu kalmieren. Speziell bei Kassenstellen werde laut Sprecherin die Gesundheitsversorgung stetig ausgebaut. Allein im ersten Halbjahr konnten 291 neue Vertragsärzte gewonnen werden, so das Fazit. Der Tenor bei Betroffenen ist jedoch nicht ganz so positiv gestimmt. Solange die Vermehrung von Vertragsungebundenen ungehempft voranschreitet, verstärkt sich der Mangel an Vertragsmedizinern. Dafür tragen Kammer und Kasse gemeinsam die Verantwortung, meint etwa Dr. Wolfgang Geppert, Mediziner aus Wien. In Sachen ausländische Studenten und deren veritabler Exodus nach dem Abschluss verweist nun Bildungsminister Martin Pauloschek auf eine geplante Studie der EU. Mein Vorschlag, das Thema der Studierendenabwanderung auf europäischer Ebene intensiver zu behandeln, ist aufgegriffen worden. Zu diesem Thema folgt nun eine europaweite Studie. Wenigstens ein Minischritt in die richtige Richtung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017